Mrs. Wang, Mrs. Wang. Mrs. Wang, hören Sie zu? Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Was für Sie ein Stapel Rechnungen sein mag, ist für mich eine Geschichte. Ich kann sehen, wohin diese Geschichte führt. Es sieht nicht gut aus. Was passiert hier? Evelyn, ich bin nicht dein Ehemann. Ich bin eine Version aus einem anderen Universum. Ich bin hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Ich habe heute viel zu tun. Keine Zeit, dir zu helfen. Ich habe im Multiversum... ...tausende Evelyns gesehen. Du kannst Zugang zu all ihren Erinnerungen, all ihren Gefühlen haben. Selbst zu all ihren Fähigkeiten. In den vielen Universen breitet sich etwas sehr Böses aus. Und du... ...bist vielleicht unsere einzige Chance, es aufzuhalten. Ich will mich nicht zu kämpfen. Ich bin echt gut. Ich glaube dir nicht. Mama ist echt gut. Das Universum ist so viel größer, als ihr es wahrnehmt. Ich könnte überall sein. Aber ich möchte nur hier bei dir sein. Denk daran, dass unsere Mission jede einzelne Welt unseres unendlichen Multiversums betrifft. Dass ich die Evelyn bin, nach der du suchst, ist völlig ausgeschlossen. Jede Zurückweisung, jede Enttäuschung hat dich hierher geführt. Zu diesem Moment. Lass dich durch nichts ablenken. Lass dich durch nichts ablenken.